Weil wir eben als Team zusammenwachsen müssen, weil wir noch schärfer verteidigen müssen, weil wir noch mehr machen müssen, um die Punkte jetzt endlich wieder zu holen. Es sind so elf, die am Ende so als Team arbeiten und die einfach sich ihre Aufgaben konzentriert im Spieler legen. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt verstanden hat, wo der Fokus liegen muss. Jetzt erst recht, jetzt müssen wir alle zusammenwachsen, alle nochmal einen Schritt mehr machen. Wenn du vorne hinkommst in der Liga und wenn du vorne hinkommst, musst du gewinnen. Wenn alle die Hände in die Höhle stellen können, haben wir ein super Spiel gemacht. In dem Sinne reicht es jetzt heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.